Ja, Leute, weiter geht's. Special 6. Special Total. Okay. Komm, gib mir Essen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Gib mir Essen. Okay, du hast nichts mehr. Schnauze. 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 Okay. Next. Oh, gib mir Essen. Ups. Gib mir Essen. Oh, 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 gib mir Essen. ach man das hat mir mein baby geklaut special total tut er einfach mein baby klauen dieser pisser mann der spuckt hat erst jetzt aus ich glaube 1 noch und es reicht ja komm es müsste reichen ok weiter geht es langweilig junge du bist langweilig langweilig mein blick ist eigentlich du bist langweilig kann aber auch echt nix machen gib mir stopp gib mir stopp gib mir stopp ok weiter geht es nicht kommt ihr eigentlich auf den boss kampf aber auf jeden fall können wir wieder einen speicherstand erstellen So. Jetzt kommt die Lappen auch noch. Ah, wobei. Das kann ich auch noch viel einfacher machen. Bam, 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 bam. Das soll immer schwer tun, wenn es auch einfach geht. Gell? Ich habe eigentlich genau direkt draufgezieht, aber lassen wir das mal so durchgehen, gell? Nein! What the? Jetzt fetzt mich das einfach da runter. Scheiß auf die Sterne. Na ja, nur auf die roten Münzen kann ich halt nicht verzichten, leider. Die kann ich leider nicht, Jürgen, wie Joe, äh, schummen. Okay, rote Münzen, Sonnenblume. Und wieder ein paar roten Münzen. So, und jetzt mache ich mir den Sprecherstand. Wie sieht die aktuelle Lage überhaupt aus? Oh, na, schlecht. So. So. Boah, hab ich Angst gekriegt. Ja, das ist jetzt das Problem gerade. Durch die Schwerkraft haut es mich immer wieder kurz hoch. Also höher, als mein normaler Sprung eigentlich sein sollte. Und ja, das ist das, was ich gerade vorher gemeint habe. So, Sprecher-Punkt, äh, stillen. Okay. Ah, leif bei mir. läuft bei mir das haben wir ein bisschen so verdächtig aus deswegen das war's wohl dass der noch mal kommt aber was macht er ja er kommt noch mal die tricks was soll da komme ich gar nicht ich muss mit dem ich habe keine eier was natürlich scheiße ist was wir da machen egal ich mache einen speicherpunkt und gehe einfach weiter Hätte ich mir übel sparen können. Egal. Trifft mich eh keiner. Was habe ich gesagt? Ach ja, mich trifft keiner. Die Aussage war nicht so ganz richtig. Im Prinzip muss ich die ganze Zeit nur den hier machen. Dann können die mich trotzdem kreisweise. Ja, ist klar. Mann. Wie hässlich ist das denn? Ach, da kommt er. Er ist einmal rausgekommen. Aber der ne geht die Eier aus. Boah. Okay. Fünf rote Münzen. Und eine Sonnenblume. Ich sehe ganz also ein Anmissiertteil. Kurz. Da, habt ihr es gerade wieder gesehen? Wieso kommt das immer nur ganz kurz? Ich sehe ein Anmissiertteil. Ich sehe ganz. Ich sehe ganz kurz rausgekommen. Ich sehe ganz kurz. Ich sehe ein Anmissiertteil. Ich sehe ganz kurz. Aha. 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 Ich bin fertig. Ja, Mann. Ich bin eckig fertig. Geil, ich bin mit dem Projekt eckig fertig. Ja. Na, jetzt eckig wieder gut oder ohne. Eckig wieder alles zu Ende. Kommt jetzt da eigentlich irgendwas Bestimmtes dafür, dass ich alles jetzt perfekt habe? Bravissimo. Ist das nicht umwerfend? Sie sind der 133. Yoshi, der dieses Abenteuer überlebte. Ja, Leute. Das sind jetzt alle Yoshis wieder versammelt. Ende. 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 Das war's, Leute. Das war's jetzt eigentlich mit Yoshi Island. Nie wieder Yoshi Island. Das ist die Frage. Kommt da noch was? Ich glaub, da kommt jetzt nix mehr. Okay, Leute. Das war's dann mit dem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm... Ich werd jetzt dann noch Naruto beenden. Ich glaub, das läuft... Das kommt heute auch noch hoch. Ja, ich glaub, ja. Hey, Naruto kommt heute auch noch der letzte Part. Und... Ja. Das sind zwei große Projekte eigentlich zu Ende. Das waren zwei der größten, äh, längsten Projekte auf jeden Fall. Und... Und... Ich werde ein Reto-Projekt auch noch starten. Also, ich hab jetzt dann ne Woche Pause. Ähm... Wollte ich eigentlich machen, aber wahrscheinlich wird das mit der Pause eh nix. Aber auf jeden Fall... Ähm, ist jetzt Yoshi und Naruto beendet. Ähm, ich starte jetzt in Tano Sonata und One Piece. Pirate Rouse 2. Aber... Ich will ja auch ein Reto-Projekt haben. Und... Vielleicht... Wird's... Ein gutes... Es ist auf jeden Fall ein Nintendo-Spiel. Und... Es kann auch sein, dass dazwischen noch ein neues Spiel dazukommt. In... Oder ne... Ich glaub, das neue Spiel hab ich schon geletzt. Wenn ihr das Video hier seht. Aber es guckt sowieso keine Temperatur an. Weil es Yoshi ist. Aber egal. Ich bin trotzdem stolz, dass ich das fertig habe. Und das war's dann. Ciao!